kommt zurück bei wildlands ok zweiter einsatz des die agenten und nebel so der ist hier unten als er hat uns angeboten eine aufzeichnung uns anzuhören mit einem geständnis von diesen korrupten die typen angeblich und da fliegen wir jetzt mal hin guck mal ob es eine falle ist oder was auch immer er vor hat weiter ist das hier neblig der wald sieht auch nicht mehr so gesund aus hier mal gucken was da vorne wieder los ist ich fliege da mal nicht so direkt drüber der witzbold weißt du da will er uns helfen angeblich und dann hat er hier das ganze ding voller wir haben keine ahnung womit wir es zu tun haben ja mit dem scheiß heli schon wieder ich geh jetzt schnell da rein und hol die scheiße eigentlich wollte ich das dokument angezahlt haben ja ich würde mich jetzt eh wieder verpissen oh was ist mit meinem heli los what the fuck oh nein das ist ein kampfheli scheiße ich muss weg ich muss auf der map markieren und zwar als nächstes ich flieg schon mal die richtung vielleicht will er verhandeln vielleicht will er sie auch töten was auch immer passen sie auf sich auf ich will aufs moll von dem scheiß ich will aufs moll von dem scheiß verpisst euch oh man ich muss nur aus dem kampf kommen dann ja gut dann kann ich mich zum nächsten safe house verpissen und das ist da oben machen wir denn auch diesen el sueño einsatz da oben die wahrscheinliche falle das wollen wir ja nicht äh ungelöst lassen das ist da oben was ist denn das landwirtschaftszentrum mhm gibt es den hubschrauber natürlich nicht dann holen wir uns einen na wo schleidest du wieder rum ich bin der pilote oh nicht gegen strommast ich hoffe nur hier ist nirgendwo ein raketenabschuss äh booms das mich jetzt vom himmel schießt ups was ist da unten gucken was da wieder los ist wahrscheinlich erstmal gar nichts und wenn ich da rein stürme dann kommt äh schnappt die falle zu das sieht auf jeden fall nach einer falle aus ja ganzen autos die da stehen und dass da überhaupt nichts los ist große kartellbasis halte die augen offen ja handy ist keine usbv was klickt jetzt hoch sucht es ich wette das fliegt in die luft ich lade den hubschrauber besser nicht bei den autos ich habe ein schlechtes gefühl bei der sache ich ja ich muss so schlecht irgendwo landen ne gucken ob es hier klappt oh oh land ich hier das war eben nichts zu vielen fallen hinterhalt da ist das ding ich fass den scheiß nicht an ach fuck ich fass den scheiß nicht an na toll und ich dachte wir treffen uns angesicht zu angesicht sagt mir nicht dass du später an bist verzeihen sie die inhaltetaktik aber leute in unserer branche müssen sich vorsehen doch ich bin kein lügner da sind keine sicarius keine unidad ich will nur reden sag uns wo du bist dann reden wir ich will nur das blutvergießen beenden es ist unnötig es ist schlecht fürs geschäft und es ist schlecht für bolivien dieses land versucht seit jahrzehnten auf die beine zu kommen treten sie es nicht wieder zurück in den staub sagt der kerl der das ganze land zu seiner hure gemacht hat erzählst du uns noch was wichtiges vor ihnen stehen vier autos betrachten sie sie als antrittsbonus sag das noch mal ich glaube ich hab was an den ohren willst du uns anheuern sie gehören zu den gefährlichsten leuten auf der welt natürlich will ich sie anheuern jeden tag riskieren sie ihr leben für ihr land und man bezahlt ihnen gar sinada gar nichts arbeitet sie für santa blanca dann verdienen sie mehr geld als sie sich vorstellen können sorry aber mit verlaub fick dich ins knie hör zu wir sind nur hierher gekommen um dich zu töten die tatsache dass du nicht hier bist bedeutet nur dass du noch etwas mehr Zeit auf Erden hast aber du solltest schon mal Abschied nehmen denn wir werden dich finden und wir werden dich töten dann soll es so sein versuchen sie ihr Glück okay das lief was er als gedacht ich dachte die autos fliegen in die luft oder so so ich glaube dann müssen wir mal zum obermatz persönlich fliegen ja da hin ach ne wir müssen erstmal diesen komischen Rebellen folgen der ihn angeblich gesehen hat okay okay wieder kein heli hier oh man nicht nicht hau nicht ab Heli die rutschen nochmal so gerne den Berg runter und dann sind sie im Arsch da fliegen wir mal rüber ich wette ein Willi hast du nicht drauf ich wette ein Willi hast du nicht drauf oh ja wenn das ein Rebell ist müsste ich eigentlich muss das eigentlich eine Rebellenbasis oder sowas sein mal gucken wir mal ja irgendwas stimmt nicht bewegung ja irgendwas stimmt nicht der Typ ist tot au äh ist das so scheiße lande jetzt scheiß Teil kein Pipon Ball ey boah shit hier ist eine Leiche es ist der Rebellenführer Amaru wir haben den Kerl vom Kartell befreit ich versuch's bei Pac komm aber nicht durch glaubst du Pac und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen sieht nicht so aus als wäre eh groß gekämpft worden ich frag mal Bauman vielleicht weiß sie mehr Bauman wir haben ein Problem wir wollten uns mit Pac und einem seiner Jungs treffen mit Pac? wo sind sie? hören sie zu Pac war nicht da dafür Amaru tot haben sie von Pac Katari gehört? Pac Katari ist hier bei mir in Pukara Bauman Bauman was zur Hölle geht hier vor? keine Ahnung aber wir müssen zu Bauman schnell ich hätte nie gedacht ich sage das mal über jemanden von der CIA aber wenn hier was passiert ist fackle ich das ganze verdammte Land ab da mach ich mit man Bauman sagte Pac sei bei ihr dann war sie plötzlich weg vielleicht ein Problem mit dem Telefon vielleicht spielt Pac falsch Weaver kannst du Bauman's letzten Standort ermitteln? mach ich oh das ist gleich da drüben perfekt dann mal schnell da rüber so hat der uns verarscht der Pac Pac Katari oder wie der hieß damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet muss ich sagen da unten ist sogar ein Hubschrauberlandeplatz guck mal da da unten ist sogar ein Hubschrauberlandeplatz das wäre eigentlich zu einfach darauf zu landen oder? das ist der mich hier hin der war eigentlich zu einfach darauf zu landen oder? Willkommen! Jetzt sind Pakatari und die Rebellen unserer Feinde. Oh, shit! Das finde ich jetzt nicht so gut. Kontakt! Feindliche Rebellen! Was? Wie? Wo? Alter, ich wollte... Wo ist mein Heli? Wo bin ich? Alter! Ja, genau! Du kommst hier raus und kriegst voll aufs Maul! Runter! Alle runter! Heli! Ich wollte mich grad da hin, äh, machen. Per Safehouse. Alter! Lebe ich noch? Ne, ich lebe nicht mehr. Alter, der... What the fuck? Okay, okay. Alter Schwede! Wieso haben sie denn die Bowman nicht gleich umgenietet? Gibt es hier eigentlich... Steht hier noch mein Hubschrauber? Ne, steht hier auch nicht. Wie soll ich denn hier wegkommen? Boah, wenn ich da rauskomme, stehen hier überall schon Rebellen oben. Jetzt muss man sehen, wie ich das dann mache. Können wir das hier irgendwie abbrechen? Ja, komm mal. Oh mein. Ich muss hier erstmal weg, glaube ich. Das ist nicht so gesund, wenn ich hier bleibe. Eine ganze Rebellenstadt, ey. Scheiße. Oh, die haben alles dicht gemacht. Oh, die Karre ist verdammt schnell, die ich hier habe. Bin ich nicht gewohnt. Oh, die Karre ist. Oh, die Karre ist. Oh, die Karre ist. Wie soll ich das denn jetzt eben? Darin war nicht stark genug. Aber Rust war von Idealen betrieben. Gute Idealen, aber Ideale machen nichts satt. Stellen keine Armee auf. Ideale stürzen keine korrupte Regierung. Tote Rebellen tun das aber auch nicht. Mein Volk weiß, wenn es heute stirbt, wird es morgen zu Tausenden zurück. Dadurch wird es nicht weniger schmerzhaft. Wenn ich mit etwas zu leben gelernt habe, dann mit Schmerz. Eine Lektion. Platz hier. Und so weiter sein wird. Wenn ihr nicht auch so enden wollt, solltet ihr Bolivien jetzt verlassen. Ich habe mir einen Hubschrauber rufen, aber ich glaube, es geht nicht. Das ist ja fies mit der Zeitlimit auch noch. Vor allem ist alles voll mit Rebellen. Alter, nein, 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 nicht da runterfallen. Scheiße. Wieder hoch, bitte. Ich habe einer da runtergeschossen, ey. Oh, die Karre ist auch gleich im Arsch. Ich glaube, da vorne steht ein Hubschrauber, oder? Schnell rein. Los. Ich erschießen im Hubschrauber. Oh. Alter Schwede, ist das fies. Oh, nein. Verdammte Scheiße. Jetzt bin ich hier mitten im Gebirge. Das sieht gut aus im Glauben. Das sieht ein Scheiß aus. Hubschrauber im Anflug. Gibt es hier irgendwo eine Straße? So etwas ähnliches. Da unten ist die Straße. Oh, ich muss... Kann ich ein Auto herbeirufen? Ne. Toll. Ich hoffe, hier fährt mal irgendwo ein Auto. Oh, Mann. Wie weit ist denn das noch weg? Aber so weit ist es nicht mehr. Jetzt schlappe ich mir mal das Auto hier unten. Ich kann doch mal stehen, wenn ich dich erschießen will. Gut, dass überall Autos rumstehen. Das hätte ich jetzt echt gefickt gewesen. Leider muss ich jetzt mal die Fahrt unterbrechen hier. Und es geht weiter in der nächsten Folge mit Sven you kill. Bis dann.